So, ich nehme jetzt raus, ich schneide die Wache heraus. So, magst du mal gucken, ob alles braucht, es muss auch nicht mittig sein? Ne, haut hin, läuft, Aufnahme läuft. Lassen wir mal kurz hinsetzen, damit es eventuell ein Störgeräusch für den Weg erwecken ist. Genau, und nicht atmen während der Zeit, bitte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier direkt im Giants-Studio, ist das offizielle Studio, ist kein Hintergrund mehr, ist kein Greenscreen oder sowas, sondern ist echt, die haben das hier wirklich so aufgebaut. Und wir, Michael, wir beide dürfen jetzt gleich den S25 anspielen. Hast du Bock? Gespannten Flitzebobben. Ja, wir haben schon gehört, wir haben schon einige Influencer getroffen, die auch angespielt haben und ein paar Sachen gesehen haben und auch durchaus das Glänzen in den Augen dabei hatten. Habe ich gesehen, hast du es auch gesehen? Ja, ja, aber anfunkeln. Ja, aber anfunkeln und so weiter. Ja, ich bin sehr gespannt. Was würdest du denn gleich sehen wollen? Wo hast du denn so Bock drauf? Das, was für uns noch ganz neu ist, was wir nicht vom 22er kennen in erbkörpern unter Form. Zum Beispiel Asien. Asien, oh ja, Asien. Ich kriege den Namen nicht zusammen. Irgendwas mit Hutan Pantai. Hutan Pantai. Ja, spannender Name. Wir müssen uns noch irgendwie eine Kürze dafür ausnehmen. Aber Asienkarte ist eigentlich ganz praktisch. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe eigentlich tatsächlich sogar vielleicht ein Tierchen zu sehen. Ich weiß nicht, ob das aufgebaut wurde. Wäre natürlich cool. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, lassen wir uns überraschen. Werden wir sehen. Und ja, ihr wisst, wir dürfen euch nichts verraten von dem, was wir heute sehen. Das ist unterliegt noch der Geheimhalte noch ein paar Tage. Außer es sind Informationen, die sowieso schon kundgetan sind, die schon rausgegeben wurden. Also sollten wir jetzt einen Wasserbüffel da sehen, dann dürfen wir auch sagen, wir haben einen Wasserbüffel gesehen. Okay. So weit dürfen wir gehen. So, meine Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben eine schöne Zeit. Wir melden uns auf jeden Fall nachher nochmal ganz kurz wieder. Wollen wir auch ein bisschen eben erzählen. Genau. Eindrücke. Genau, ein paar Eindrücke wiedergeben. Und heute Abend dürfen wir noch mit den Leuten von Giants essen gehen. Ich freue mich auch drauf. Da gibt es auch. Ne, asiatisches, glaube ich. Nicht koreanisches, glaube ich. Ja, stimmt, ist Asien. Also irgendwas, wir essen irgendwas mit Pantai. Da gibt es bestimmt irgendwas, oder? Gekochte Wasserbüffel. Gekochte Wasserbüffel ist auch schön. Schauen wir mal. Meine Lieben, wir sehen uns danach wieder. Machen wir kurze Impressionen. Und in den nächsten Tagen werden wir natürlich berichten. Ab nächster Woche gibt es dann auch Videos, Aufnahmen direkt von uns. Exklusiv ist es, weil eben das genau unsere Aufnahme ist. Ja, schauen wir weiter. Lasst uns einen schönen Kommentar da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Gut. Gut. Haben wir's, ja.